Was ist ein Wunsch, wenn ein Wunsch in dir auftaucht? Ich sage jetzt ganz bewusst, du bist im Meer und jetzt taucht ein Wunsch in dir auf. Das ist, dass du mal der Gedanke willst, das ist eine Vorstellung, ein Wunsch ist der Gedanke an etwas, was du jetzt denkst, was du dir aber selber einbildest, das du nicht hast. Das heißt, wenn du einen anderen Schwamm inhalt hast, ist das komplett austauschbar. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Stimmt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.